So, meine Freunde, der B-Monster, ich habe ein kleines Paket bekommen. The Phantom Pain in der CE, also Collector's Edition, mit einem kleinen gelben Bench rundherum. Ja, ich freue mich schon irgendwie, wie Sau drauf hat, das Spiel echt gut sein muss. Und ich bin auch sehr, sehr großer und medikes Solid-Fan. Und hier sieht man schon, was drin ist ungefähr. Wo ist das denn? Wo habe ich es denn gelegt? Davor klemmte ein schätzungsweise Magnet für Kühlschränke, auch richtig cool, mit Diamond Dogs-Logo drauf. Der mir runterfällt. Du bist ruhig. So, und wir machen das ganze Ding jetzt mal zusammen auf. Und das ist irgendwie kleiner als die ganzen anderen CE-Kisten, die ich so hier rumstehe habe. Das ist ganz angenehm. Da ist nicht ganz so viel Zeug da. So, ich mache es einfach mal so. Man sieht das durch nichts, weil da noch eine Pappe davor ist. Total sinnlos. Ich mache das halt immer so. Okay. Ja, das zeige ich euch gleich. So sieht das Ganze innen drin aus. Defend the Pain verkehrt rum. Soviel dazu. Das ist das Spiel natürlich. Medikes Solid 5. Wir haben dazu noch ein wunderschönes Steel-Book. Wollen wir den jetzt mal zuklappen. So, was sieht das Ganze aus? Steel-Book. Auch sehr, sehr nice gemacht. Mit Big Boss und Ocelot. Wie es aussieht. Und Miller. Und das Ganze hat natürlich noch ein bisschen was innen drin. Wir haben hier wahrscheinlich noch ein Poster. Und eine Blu-ray. Hm, ich weiß da wo drauf ist. So. Afghanistan. Ich werde das Ganze jetzt natürlich nicht aufklappen. Weil das viel zu groß wäre. Nordkabul, Afghanistan. Eine Karte. Ich schätze mal, dass wird so eines der Gebiete sein. In das wir in The Phantom Pain reisen werden. Also, auf jeden Fall schon mal wollen wir so dumm. Ja, das Spiel natürlich dazu. Logischerweise wäre es so ein Zwitz los. Wie bei Wolfenstein, wo es die CE gab ohne Spiel. Was natürlich total dummes. Pappe. Plastik. Und, ähm, als Special gab es den Arm von Big Boss dazu. Ich frage mich gerade, warum hier dieses Ding drin ist. Also, unten noch Plastik ist. Total dumm. Und, ähm, ja, die Fühle sind frei beweglich. Das heißt, du könntest natürlich hier so schaubernackt machen, wie hier, ähm, ja, Peace oder... Einfach so. Also, das ist schon nice. Ähm, ja, ist natürlich nix weltbewegendes. Das ist Plastik. Das ist halt jetzt nix mega hochwertiges. Kam, äh, 90 Euro. 90, ich sag 90 Euro. Ja, ich dachte, 90 Euro kam es. Und, ähm, ja, für meine Egesoll-Fans. Das ist das letzte Spiel, wo Hideo Kojima dran gearbeitet hat. Und, äh, da gebe ich das natürlich gerne aus. Und, ähm, ja, warum nicht, warum nicht? Ich würde sagen, ähm, das war's von Metal Gear Solid 5. Mal gucken, ob ich vielleicht irgendwann den Multiplayer streame. Ähm, den Singleplayer auf alle Fälle nicht. Den gebe ich mir alleine. Da habe ich keine Lust drauf zu streamen. Denn das ist halt wirklich, ähm, da würde ich die Story mitkriegen. Weil die Story von Metal Gear Solid ist so schon verworren wie Sau. Und da würde ich dann doch gerne mehr von der Story mitkriegen, als einfach bloß so. Aber das Ding ist cool. Das macht schon Spaß, mit den, mit den Fingern herumzuspielen. Und, ähm, ja, ich würde dann sagen, es ist schon geil. Ich finde es gleich noch raus, warum unten Plastik drin ist. Keine Ahnung. Also dieses komische Verpackungsmaterial ist noch hier unten mit drin. Total blöd. Aber, naja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn es euch gefällt, wenn euch das Spiel gefällt, ich habe es unten in meine, also in meine Beschreibung verlinkt. Und, ansonsten, natürlich auch die Collectors Edition für die PS4. Und ansonsten, ähm, es ist jetzt wirklich nichts weltbewegendes. Ich dachte, warte mal, warte mal, was hat denn, was drin ist. Hier. So, es ist drin, ja, eigentlich nicht viel. Es ist drin halt das Debug, das Spiel, diese, diese Map, der Arm, logischerweise. Und dann hat man halt noch zusätzliche digitale Inhalte. Und zwar ein Anpassfaust Venom Snake Emblem. Ähm, Snake Outfit 4x, ein Männchen Online Gegenstand 4x, Pappkarton 3x, Waffen und Schild 4x. Also, sowas, was man halt im Online-Multiplier-Modus benutzen kann. Ist halt nicht schlecht gemacht. Aber, wenn man keinen Fan ist und bloß das Spiel spielen will, kann man sich natürlich auch eine normale Edition holen und hat genau das gleiche. Und muss sich halt nicht hier mit so einer Hand begnügen. Und, ja, das war es jetzt wirklich von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.